Willkommen zu Was wollen wir heute Abend kochen? Hat jemand Hunger? Eigentlich ist er nur ein freundlicher Fernsehkocher. Wer ist der Kerl? Aber wenn's drauf ankommt... Den Kerl kenn ich! ...ist er die Liebenswürdigkeit in Person. Sie kenne ich doch. Er ist... Jackie! Sie sind ein netter Kerl. Mr. Nice Guy. Doch wehe, wenn er in Teufels Küche kommt. Ich kenne sie doch überhaupt nicht! Da kann er verdammt böse werden. Erst kämpfen. Dann fragen. Jackie-Chan ist... Mr. Nice Guy. Mr. Nice Guy. Untertitelung des ZDF, 2020